Wir haben jetzt auch einen Stadia Account, wo ihr uns unterstützen könnt. Kommt in unserem aufbau befindliche Discord Community, profitiert von anderen Vorteilen und beeinflusst aktiv unsere Inhalte. Link dazu in der Videobeschreibung auf unserem Kanal oder auf Instagram. Und damit wünschen wir euch recht viel Spaß bei dem kommenden Video. Meine lieben Freunde, ich darf euch begrüßen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und weil ich halt immer noch so unglaublich viel Zeit hatte in meinem Urlaub zu lesen und durch die Krankheit natürlich auch, habe ich mich durch Magnus der Rote, also der Herr von Postbüro, der Kaminrote König, seinen eigenen Roman. Durch den habe ich mich mal schnell und fix für euch mal durchgelesen und ich muss vorneweg sagen, heilige Scheiße. Das habe ich nicht erwartet. Das ist eine der grimmdarksten Enden, die es gibt, finde ich. Das Buch beginnt tatsächlich, nachdem Magnus gefallen ist und in seinen Überresten von Postbüro auf dem Planeten der Zauberer umherläuft und sich dann letztendlich mit Atava unterhält. Atava ist ein psionisches Abbild eines seiner Söhne, der mal gestorben ist. Und er hat ihn wohl selbst getötet. Auf jeden Fall diskutieren sie so ein bisschen rum und dann geht es darum, sich zu erinnern. Und wir gehen in eine Zeit des großen Kreuzzugs zurück, wo ein Planet stirbt, nämlich Prosperos. Das ist ein Planet, der heißt so ähnlich wie Prospero, aber es ist wirklich Prosperos, es ist ein anderer. Und dieser Planet wird langsam einfach untergehen durch seinen Kern und so. Und sie haben halt um Hilfe gerufen, sie sind schon in einer Compliance und Perturabo und die Iron Warriors haben den einst in die Compliance gebracht. Sie sind jetzt auch wieder da und helfen, zusammen mit den Thousand Sons, um die Leute halt zu evakuieren. Und wir lernen auch Forex kennen und Ariman sind halt wieder am Start zusammen. Und auch Atava, der ist unterwegs für Magnus, um Relikte auf dem Planeten halt zu bergen. Und sie graben am Anfang so eine Ruine aus und letztendlich kommt ein Sturm, sie fliehen und Magnus errichtet so ein Kinect-Schild und schafft es halt noch so ein paar Relikte zu bergen. Und wir haben tatsächlich ein sehr herzliches Verhältnis zwischen Magnus und Perturabo, was so eine sehr offene Seite von Perturabo damals ist. Der ist da noch nicht so misstrauisch und so mies gelaunt die ganze Zeit. Der ist noch da, um Leben zu retten, zeigt auch Magnus noch so enthusiastisch Pläne für Amphitheater und Gebäude und so, was er alles errichten will, wenn der Kreuzzug vorbei ist, wo es ja leider nie zukommen wird. Und Magnus meint so beim Größten, da werde ich dabei sein, wenn du es einweist. Und wir haben da richtig eine Verbindung zwischen Magnus und Perturabo, die wir so nicht oft an ihm sehen. Und auch an Magnus sehen wir so eine Brüderlichkeit, die er eigentlich selten mit wem hat, in den Büchern zumindest. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und wenn ihr da noch andere Bücher kennt oder so, dann schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren, was ist eigentlich eure Meinung zu Perturabo? Würde mich auch mal interessieren. Der Herr des Eisens, Hit oder Miss für euch? Auf jeden Fall versuchen sie, den Planeten zu evakuieren und sie finden schon mal raus, dass nicht alle Leute gehen wollen. Es gibt welche, die wollen da bleiben, die glauben an ihre Götter und möchten halt da einfach mit dem Planeten sterben und es fällt den Legionären zunehmend schwerer zu akzeptieren. Und letztendlich werden sie mit einer Sekte konfrontiert, den Söhnen Scheitans. Die so ein bisschen gegen die Besatzer sind und es fängt halt an, dass hier und da einfach Selbstmorde verübt werden oder einige, die Besatzer angreifen. Also eigentlich die, die sie retten wollen. Aber sie stellen sich irgendwie dagegen und das verstehen die Space Marines nicht. Und auch Magnus und Co. suchen nach einer Lösung. Sie finden es aber nicht. Und letztendlich haben sie auch einen relativ besonderen Charakter und das ist ein Gouverneur, der von diesem Planeten ist und der sich aber dem Imperium angeschlossen hat und als ganz seltene Ausnahme im Planeten deswegen weiter regieren darf. Und das ist halt so, dass die Evakuierung immer schwerer wird und es kommt immer zu mehr Anschlägen und dann fangen sie halt an nachzuforschen. Und sie finden im Meer tatsächlich eine riesige Anlage, die den Planeten instabil macht. Und die greift Perturabo an und zerstört sie. Und ihm wird dabei was klar. Wie konnte so eine riesige Anlage unter den Augen der Regierung gebaut werden, ohne dass denen das auffällt? Wie konnten die Söhne Scheiterns das umsetzen, ohne dass sie wer aufhält? Und Perturabo wird da was klar. Die Söhne Scheiterns und die Regierung sind ein und dasselbe. Und währenddessen ist Atava und ein anderer Thousand Sun Space Marine wieder an dieser Ausgrabungsstelle, weil sie dort was vermuten. Nämlich ein Schiff aus dem goldenen Zeitalter der Technologie, das Ding ist, auf diesem Planeten heruntergekommen und hat diesen Planeten halt besiedelt. Und Magnus' Ziel ist es, die ganze Zeit rauszufinden, warum hat dieser Planet die Allnacht überstanden und so viele andere nicht? Und er glaubt, dass dort die Lösung liegt. Und Atava verschwindet. Und letztendlich rettet Magnus vorher noch den Gouverneur und die Evakuierung geht weiter voran. Es gibt viele Probleme. Also hier und da werden sie angegriffen. Auch Jägerstaffeln greifen dann zum Beispiel mal so einen Fluchttransporter ab. Der stürzt herunter auf den Planeten. Bumm. Und Magnus hält den gerade noch so auf. Und Ariman und Forex kämpfen auch gegen die Roten Drachen. Das ist die Armee des Planeten. Stellt sich heraus, die Roten Drachen sind ihre Feinde. Und überall kommt es immer wieder zu Krieg und Zerstörung. Und letztendlich verschwindet, wie gesagt, Atava. Und Magnus macht sich auf die Suche nach seinem Sohn. Auch wenn Pato Rabo ihn davor warnt. Pato Rabo findet halt diese Anlage. Zur gleichen Zeit betreten Magnus und die anderen dieses Raumschiff. Und sie dringen immer tiefer an dieses Raumschiff vor. Es ist hochtechnologisiert. Aber letztendlich finden sie eine Sache heraus. Und das ist schon krass. Also sie treffen auf Scheitern selbst. In der Gestalt von Atava. Und der andere 1000 Sun sind auch besessen. Und es kommt zu einem Kampf zwischen den 1000 Suns und Scheitern. Und wir lernen kennen, was Scheitern eigentlich ist. Denn jetzt kommt die Story, wie dieser Planet überlebt hat. Und was passiert ist. Also, ein Raumschiff aus dem goldenen Zeitalter der Technologie ist aufgebrochen, um diesen Planeten zu besiedeln. Währenddessen brach der Weltenbrand auf. Und ihr habt ja natürlich unsere Timeline-Folge, die erschienen ist, gehört. Und am Weltenbrand sind ja zu großen Teilen die Psyoniker halt auch schuld. Ja, diese Kultur hat eine Lösung gefunden. Sie haben, ich weiß nicht, ob sie es dabei hatten die ganze Zeit. Das wird nicht genau geklärt. Aber auf jeden Fall haben sie Maschine, womit sie Menschen die Psyonischen Kräfte nehmen können. Und das tötet die nicht immer. Manchmal schon. Aber auf jeden Fall nehmen sie diesen ganzen Leuten, also einem kompletten Volk praktisch auf diesem Generationenschiff. Oder was auch. Also es ist ein Riesenschiff halt. Die Psyonischen Kräfte. Und naja, das ist schlimm für die Leute. Das ist richtig schlimm. Sie sind verwirrt. Sie verstehen es nicht. Und sie schaffen so eine Art Psyonisches Echo. Ihre ganzen Psyoniker-Seelen, die gestorben sind, sammeln sich in diesem Gebilde namens Scheitern. Und er ist halt ein Gebilde und zeigt gleich irgendwie alle. Also es gibt halt diese ganzen Psyoniker-Seelen und hier und da, ne, diese einzelnen noch. Aber es gibt auch Scheitern. Diese komplett neue Identität, die geschaffen wurde. Und Magnus und er kämpfen halt. Und Scheitern versucht auch, Magnus die Kräfte in diesem Gerät zu nehmen. Aber sie schaffen es letztendlich. Also Atava stirbt, indem Magnus ihm mit dem Gerät die Kräfte entzieht. Und er öffnet den Folianten des Magnus, das Buch des Magnus und saugt diese ganzen Seelen ein. Auf dass sie dort weiter bestehen können. Aber die haben noch ein bitterböses Ende. Denn der ganze Planet, die gesamte Bevölkerung ist von Scheiterns Hass infiziert. Auch wenn Scheitern weg ist. Denn die Leute, die damals den Planeten besiedelt haben, die sind aus diesem Raumschiff geflohen, weil sich Scheitern damals schon manifestiert hat. Und sie haben das Raumschiff von außen versiegelt. Aber ihre Geister waren schon auf diesen Selbstmord und diese Vernichtung und andere Leute töten und so. Das ist korrumpiert. Also jeden, den sie retten. Jeder davon ist korrumpiert. Und somit rettet Magnus eigentlich nur diese Psyoniker. Weil sie dürfen nicht zulassen, dass sich Scheitern weiter verbreitet in der Galaxis. Also sondern sie alle Flüchtlingsschiffe abziehen, einen Ring von Thousand Suns und Iron Warriors Schiffen drauf drumherum. Und die ziehen drauf und eröffnen das Feuer. Und dann töten sie alle Zivilisten. Also jeden, den sie in dem Buch retten. Jeden Einzelnen. Jede Frau. Jedes Kind. Jeden Mann. Jede einzelne Zivilisten. Sie töten sie alle. Weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und das ist echt fucking Grimdark. Und dann geht's wieder zurück zu Magnus in die Realität. Also in die damalige Zeitlinie. Und Magnus diskutiert ein bisschen mit Scheitern, warum er ihn hätte retten sollen. Und ja, er sagt halt so, weil du immer der bist, der versucht zu retten, was nicht zu retten ist. Und das ist ja was, was wir auch bei dem Ende von Fury of Magnus sehen. Dass Magnus nicht akzeptieren kann. Dass seine Söhne verloren sind. Dass es keinen anderen Weg gibt. Dass er hätte den besseren Weg wählen sollen. Und dem Imperator wieder zur Seite stehen sollen. Aber nein, er entscheidet sich dagegen und wählt seine Söhne, auch wenn sie nicht mehr zu retten sind. Denn am Ende ist wie die Bewohner von Prospero von Prosperos und wie ein Großteil der Fausen Sons. Alles Staub. Bis zum nächsten Mal und Hydra Dominatus. Bis zum nächsten Mal.